Spiel was, mein Darling, wünsch dir was, wünsche können in Erfüllung. Wenn Sie gut aufpassen, könnte dieses Spiel einmal dazu beitragen, Ihnen vielleicht sogar das Leben zu retten. Die waren echt zu blöd, aus diesem Auto zu kommen. Ich hab mich damals schon geärgert. Was mochte ich gewesen sein? Vielleicht 10 oder 12? Das ist ja mein Gott, wie kann man so blöd, ich hatte keine Sekunde Mitleid mit denen. Wie kann man so blöd sein, die Autotür nicht zu öffnen? Sehr ungemütlich hier zum Rausklettern. Wo ist die Frau Dreyer? Bitte kommen Sie zu mir. Sie haben es am schwersten gehabt. Nein, ich hab die Tür nicht aufbekommen. Und sie war rasmulmig, war es unangenehm. Ja, schon etwas. Aber Sie lachen schon wieder? Ja, ich lache schon wieder.